Nein!!! Zwölf und zwölf Und... geht schon ganz gut los hier so noch lebe ich noch lebe ich noch lebe ich immer noch jetzt 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 müssen wir das mal abladen klingt schon mal gut so dann müssen wir eben hier lang gehen das neue karten war viel vor ok klingt gut 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 ja ja komm rein Uh, meine Liru-Scholli. Okay. Fünf Bolts Eintritt. Na warte mal. So, komm schon. Noch mehr hier. Hat wieder mal nicht so viel Reichsbreite. Sauerei. Ahm. Uhr lang. yes haben wir auch gar nicht okay das ist sehr sehr aufmunternd schafi nato und du musst ganz einfach aufrüsten und zwar schauen wir schon schafi nato so mehr gibt es hier oder nicht haben wir eigentlich schon alles hier können wir noch einen brenner können wir noch so jetzt haben wir die Uhr frei komplett so haben wir alles schafi nato schafi nato du 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 schutzgruppen bitte kommen wir sind im kern und begegnen uns jetzt zum schwerkraft stabilisator wir sollten ihn bald deaktiviert haben oh gott ich hab's für ne ganz dumme vermuten oh gott ach so ja ich lasse sie automatisch machen ist besser das habe ich deaktiviert dann das also sei vorsichtig jo jo Was war das? Nichts. Alles gut. Warnung. Warnung. Stabilisator deaktiviert. Warnung. Ratchet? Hörwisch. Hallo, Kadett. Ich habe mich auf einen super krassen Heldenangriff gefasst. So, machen wir es erst mal anders. Richtig. Du musst aufhören. Dr. Nefarius versucht, das System zu vernichten. Ich rede nicht mehr. Oh, Herrlich. Du hast mein Leben ruiniert. Du hast mein Leben ruiniert. Hallo? Du musst Goviton zerstören. Ja. Ja. Das können wir hoch. Warte mal. Warte, 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 warte. Hier kommt mein kleiner Freund. Esso. Oh. Das hat überhaupt nicht wehgetan. Ich habe es nicht mal gemerkt. Damit wollte ich dich nur in falscher Sicherheit biegen. Oh, yeah. So, irgendwie wirkt das gar nicht. Jetzt sagen wir mal. Pixel-Nado. Das war Absicht. Macht es dramatischer. Und am gefallen. Ja, guten Abend, Shadow Wolf. Ah, ah, komm her. Aber irgendwie wirkt das nicht, ja? Habe ich wieder gemutem. Ah, das war Absicht. Ich mach das Dramatenschaften. Also, ich mach das. Ich mach das nicht. So. Oh, nicht schon wieder. Aufhören. Doch, wenn Himfarios versucht, das System zu verlinken. Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast mein Leben ruiniert. Gut. 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 Hier kommt mein kleiner Freund Yes Yes Oh nicht mal wieder Oh Alter Schwerte Komm runter, komm Oh ne Komm schon Ups Neun prozent Noch Schon wieder Nuuu Komm runter, komm So Einmal noch Oh Mein Stream hängt immer Eigentlich Wie sein soll Nefarius Gib auf Es ist vorbei Als Anführer der galaktischen Schutztruppen Ich habe es so mal eingestellt Wie es vorgeschrieben ist Natürlich Verhafte diesen Mann Nur über deine Länge Oh 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 Da Oh So Declanitisator ist jetzt aktiv Quark Er darf hier nicht einschalten Ah Hey Lass los Du Fossil Ah Ha 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 Nun gut Vielleicht an der Track Ha 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 Okay Uh Du hast alles ruiniert Und jetzt Ach du Heilige Maria Ich habe kaum noch Munition ne Bei deiner Vernichtung Bei deiner Vernichtung Bei deiner Vernichtung Ey ich habe kaum noch Munition ne Junge Das ist gemein Ich würde ja gern noch plaudern Aber ich muss einen Zwergstern zerstören Aber ich muss einen Zwergstern zerstören Aber ich muss einen Zwergstern zerstören Hey Laris Es gibt ein Problem Der Fahre ist mit Munition Er will den Stern zerstören Ratchet Du musst ihn aufhalten Wenn der Stern explodiert Geht auch Umriss runter Und das hier Du kriegst mich nicht Ja Zu spät gedrückt Ich würde ja gern noch plaudern Ich würde ja gern noch plaudern Ich würde ja gern noch plaudern Ihr muss einen Zwergstern zerstören Gut Das würden Gut Du musst ihn aufhalten Wenn der Stern explodiert Geht auch Umriss runter Und dann wir Du kriegst mich nicht Juhu Du hättest Frecks Gesicht sehen sollen Leute Ich habe den Dummkopf von A bis Z manipuliert Und dann in ein Schaffer wandeln Im Schaffer wandeln In einem schaffer wandeln Es nicht genau Uiuiuiuiui Uiuiuiop Oh zack Warum stirbst du nicht einfach? Oh nein! Wunderschön, was? Künstliche Zoom-Panow! Wie geht es auch hier, als ich verratet bin? Ich könnte mal sehen... Direkt vor ihren Augen! Oh Gott, das will... Das geht schon doch gut los hier. Das geht schon! Das geht schon! Das geht schon! Das geht schon!